hallo und herzlich willkommen zurück ja ihr lieben mit assi immer noch und immer da und im hotel der götter bei den ägyptern und da haben wir ganz viel darüber erfahren dass osiris von set zersägt wurde oder oder umgekehrt was jetzt immer so und mit wem wir jetzt noch reden müssen ist hier der schiedsrichter hallo wo ist er denn ist richter das ist der papagei der ist der schiedsrichter hallo ja gesagt nein das sieht man nicht auch natürlich ja wie läuft es denn ab die uhrt wohl so was müssen wir denn machen was muss ich nicht warte ich noch oder wir sind bereit ist ja nicht so eine große auswahl ich sag jetzt weil ich bin bereit ja ready to rumble oh gott oh steffi weißt du was es wird furchtbar labyrinth das entwickle einen erlesenen wein ah ja wunderbar hell am brusco hell am brusco also gott oh gott oh gott ja ganz toll ja ihr lieben äh wir können euch also ich kann euch jetzt eigentlich alle nur warnen solange hier der ladebalken läuft und er läuft und läuft und läuft nicht weiter äh es wird furchtbar wer ist das denn jetzt hm das sieht aus wie jesus ein bisschen so ist er aber nicht guck mal schön aber ja äh kennst du das buch gödel escher bach oder kennst du zeichnungen von escher das ist so da kannst du verrückt werden oh hä kommt irgendwo ja ja es ist grausam ich weiß auch nicht ob ich das noch auf anhieb hinkrieg ich hatte mir aber mal mitgeschrieben wie das geht insofern das liegt hier und insofern hoffe ich dass ich das jetzt kann so wir stehen hier ganz unten in klein siehst du assi ach da ist er krass scheiße man wer denkt sich sowas aus hier ist die klappe ja durchgeknallte so irgendwo muss hier eine steintafel glaube ich da ist was kann ich die klappe schon öffnen klappe geöffnet okay so jetzt muss ich echt ich muss hier mal in meinen notizen immer gucken weil das war so furchtbar und das habe ich mir mal alles mitgeschrieben ähm und dann muss er ja genau hier liegt nämlich noch ein sandstein in drei pixel groß den muss ich auch noch mitnehmen irgendwie hat jedes spiel jedes adventure hat irgendwann mal ein labyrinth es ist zu potzen die meisten haben sowas ja ich finde das so grauenvoll so ich auch ähm selbst im post mortem kommt ein labyrinth vor ehrlich die haben sich kaputt gemacht mit denen kann ich nichts mehr anfangen okay kann ich den sandstein vielleicht getriebe stören ja sand ins getriebe ha genau so das war glaube ich schon mal so ihr lieben jetzt wisst ihr auch wo das sprichwort herkommt das hat assi gegründet sand ins getriebe streuen und dann glaube ich muss ich hier lang ich bin mir aber nicht sicher durchgang zur gelben ebene warte mal eben war das richtig ich guck mal bin ich denn jetzt äh oben glaub ich weiß nicht ja da oben ah da oben aha ah ja so jetzt sind wir am altar da unten sitzt einer betrachte Statue des Pharao das ist der von vorher ne die Oberkörper können vertauscht werden ja ja aha ähm so warte mal eben dann kann ich den Oberkörper nehmen muss und glaube den auch echt kann sie nehmen ja so schwer wie die sind ja das wundert mich jetzt wo packt denn der assi das hin der hat doch nur eine Unterhose an das packt er oben in sein Inventar so genau und den muss ich glaube ich hier hin tun so schön toll ich hoffe ich habe das jetzt mal richtig gemacht ach hier kann ich noch einen vertauschen oh oh Gott warte mal ähm oh Gott oh Gott oh Gott ich glaube den ich muss mal gucken ich benutze mal den Hebel weil ich will auch zu dem nach unten hier durchplan ich habe nicht mehr richtig plan weil meine Notizen auch so oh da fliegt was runter das Ei ne okay ich glaube das war gut ja so ein Ball oh ja ich glaube das war richtig gut so kann ich da irgendwie runter gehen tisch irgendwas hast du ab ja 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 oh das ist gut das ist gut so mit dem was hat denn der hier liegen ein Schwamm guck mal Spongebob liegt da oh Spongebob gibt es nicht so was doch hier Bob der Schwamm steht da hi hi so dann reden wir doch erst mal mit dem Einsiedler unser Spiegel unser Spiegel ist kaputt warum hast du das er hat einen Glitz im Hirn dem geht ein Glitz auf ein Blitzmerke ist das äh es war ein Arbeitsunfall sag ich mal ich glaube das ist sowieso egal wir sind ja nicht in der Höhlenwelt nicht mehr ähm können wir noch was mit dem reden warum hast du unseren Spiegel kaputt gemacht ähm man muss immer das Positive sehen Spiegel Spiegel Scherben bringen Glück Moment wie ja genau ja ja genau wer ist wo ach Bob der Schwamm Robert will es nicht mehr hier nimm ich kriege ein Fensterleder was habe ich denn überhaupt alles ich habe ein Fensterleder eine Karaffe die brauche ich wohl dann für den Wein für den Schiedsrichter Pokal und eine Banane warum wir in diesem Spiel immer Bananen haben müssen weiß ich auch nicht kann man irgendwas von den Scherben also ich hätte da schon eine Idee aber ähm ja äh dafür hatten wir aber die Gurken in Teils eins war das so so wunderbar so jetzt haben wir eine Scherbe im Fensterleder cool schön und ich glaube jetzt muss ich wieder hier hoch da zu diesem Statuen sieht sehr massiv und schwer aus mhm da was durchschneidendes da vielleicht ne mit dem und dann muss ich genau das Seil sieht ja jetzt aus wie so eine Schere wieso kann ich wieso kann ich hier nichts durchschneiden ja oder wie so ein Haifisch sagt mhm halte Seil doch macht er doch ich habe nur wieder falsch geklickt wie üblich ihr Lieben so juhu so und ich glaube jetzt können wir eine Ebene weiter cool äh nur wegen dem ist krass ja ich weiß jetzt nur nicht wohin warte mal wo ist denn jetzt hier pinke Ebene äh blaue ich glaube ich muss zur blauen Ebene kannst du da hin wie komme ich da wohl hin ja geht er hä ne war doch die falsche Ebene wahrscheinlich ähm wo ist denn was gibt es denn für Ebene blau ja wir gucken jetzt noch mal blau gibt es ausgang orange probier doch mal orange ich probiere jetzt einfach mal orange und da läuft er der Assi da kommt er nicht dran mhm so und das mhm und die blaue will er auch nicht und die blaue will er auch nicht warum nicht was ist denn hier war auch noch eine pinke irgendwo warte mal wo hier war doch irgendwo ich hab doch noch eine pinke Ebene gesehen irgendwo hier oben da vielleicht können wir ja da durch hm ich habe nur die Pläne oh es lauf ah sie lauf und dein Leben verrostet die sind verrostet ja dann haben wir ja nicht mehr so viel Auswahl hab ich den Hebel benutzt hm ich könnte höchstens zum zum ziehen ja dann zieh doch noch mal ja vielleicht muss noch mal ziehen das könnte ja auch sein kurz ziehen ne da passiert aber nix ihr lieben wie das da weitergeht das seht ihr in der nächsten folge genau bleibt ja bis dann ciao mhm uuuh uuuh uuuh